Hallo, wir zeigen hier, wie wir uns die Vision des Einzelhandels in ungefähr zehn Jahren vorstellen. Die Verfahren, die ihr schon aus dem Onlinehandel kennt, aus dem E-Commerce kennt, werden Zug für Zug auch in den stationären Handel Einzug nehmen. Und hier begleiten wir unsere Einkäuferin Anna durch den Supermarkt und sie bekommt, genau wie wir es aus dem E-Commerce kennen, personalisierte Angebote, die darauf beruhen, dass wir sie sehr genau getrackt haben, dass wir sehr genau festgestellt haben, was ihre Präferenzen sind, wofür sie sich interessiert. Ich zeige an meinem Exponat die digitalen Sprachassistenten und Chatbots und den Kunden stellen wir dabei vor, wie sie ihren Kundendialog automatisieren können und wie sie den Kundendialog 24 Stunden gestalten können. Da haben wir einmal das Amazon Echo hier stehen, die Alexa und zeigen damit einen Case und wir haben ein Chatbot mit an Bord. Was wir hier letztendlich vorstellen, ist, wie wir im Marketing diese ganzen verschiedenen Daten, die in den anderen Exponaten, wie dem IoT-Regal oder diesem Canyon-Fahrrad generiert werden, nutzen können, um im Marketing letztendlich den Mehrwert zu stiften, den ein Unternehmen eigentlich macht, Umsatz.